In meinem Volk gibt es eine Legende. Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie gut und böse in die Welt kamen. Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihren Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt, Shea Patrick Cormack. Lebt wohl. Hallo, wir haben gerade eine Rückblende aus Sequenz 4.2 gesehen. Die Mission heißt Rüstung und Schwert. In dieser Cutplay-Episode holen wir uns ein spezielles Item ab. Wir suchen alle Totems. Man sieht hier auf der Karte eines davon gekennzeichnet. Insgesamt gibt es sieben Stück, die sind über River Valley und Nordatlantik verteilt. Und New York hat keine Totems. Ja, wir bekommen auch gleich zwei Achievements dafür. Einmal Antiker Held und König der Berge. Das Video ist wie üblicherweise nach dem folgenden Prinzip aufgebaut. Und Karte, Totem, Geo am Cursor. Über die Videobeschreibung wirst du dann direkt in die einzelnen Karten skippen können. Ja, hier setze ich schon das letzte Totem ein. Das habe ich schon vor der Sequenz 4.2 gefunden. Wir können zwar schon vorher Totems finden, allerdings erst ab Sequenz 4.2 einsetzen. Nun gut, also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und Wir hören uns im nächsten Park. Bis dann, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020